Dreizehn. Dreizehn. Activities. Tätigkeiten. Tätigkeiten. What does Martha do? Was macht Martha? Was macht Martha? She works at an office. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. She works on the computer. Sie arbeitet am Computer. Sie arbeitet am Computer. Where is Martha? Wo ist Martha? Wo ist Martha? At the cinema. Im Kino. Im Kino. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an. Sie schaut sich einen Film an. What does Peter do? Was macht Peter? Was macht Peter? He studies at the university. Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Wo ist Peter? Wo ist Peter? Wo ist Peter? At the cafe. Im Kaffee. Im Kaffee. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee. Where do they like to go? Wohin gehen sie gern? To a concert? Ins Konzert. They like to listen to music. Sie hören gern Musik. Where do they not like to go? Wohin gehen sie nicht gern? To the disco. In the disco. They do not like to dance. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern. Die Itズoy-G nhà kid. Sie tanzen nicht gern. Siemenschen. wenn das das Jadi was.